Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Ja, letzte Folge haben wir dem wunderschönen Argentavis gezähmt und damit beginnen wir auch in dieser Folge und diesmal. Ich weiß zwar nicht, ob wir ihn diesmal finden können, aber eventuell ist diesmal der Celestial Tilakoleo dran, Level 360. Jetzt ist aber nur eine Frage. Haben wir genug Eier? Oh, warte mal, er wird sofort... Ah, stimmt, ich hab ja draufgeklickt. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, ob wir genug Eier für ihn haben. Und dann gehen wir ganz kurz nochmal nach oben. Ach ja, und nicht wundern, ich hab einen neuen Gaming-Stuhl. Ähm, ja, ich würde sagen, ganz kurz, äh, ab in ein kurzes Video, ähm, von mir zu Hause. Ja. Moin, Leute, lang ist es her, aber ich habe wieder einen neuen Stuhl, und zwar gesponsert bekommen von Autofall. Der Stuhl nennt sich Cinema Roll. Ist kein typischer Stuhl für einen Typen, aber ich dachte mir, da ich Japan geil finde, passt zu Animes so. Checkt es auf jeden Fall ab. Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Oder ihr sucht einfach nach Google, Autofall Cinema Roll. Lohnt sich. Die haben exklusive Stühle. Checkt einfach mal die Seite ab. Ja, ich würde sagen, wir bauen den jetzt erstmal auf in einen Zeitraffer und dann, ja, mein Bruder steht auch hinter der Kamera. Ein bisschen weird, aber ich denke, das bekommen wir schon hin. Also, bis gleich. Also, damit ihr wissen könnt, äh, wie es jetzt halt ist so. Das hier ist was für ein Rücken. So, ist ein dickes, fettes Kissen. Dann ist sowas. Ist, glaube ich, halt da, wo man sich halt draufsetzt, so eine Art Schuss. Auch nochmal extra ein Kissen für den Hals. Werde ich auch da ja auch packen. Weil ich gesagt habe, dass es nicht typisch für einen Junge ist, habe ich auch noch sowas Schönes mitbekommen. Also, passt zum Stuhl. Kriegt man auch extra dazu. So, und das ist jetzt die Rückenlehne. Hinten gibt es natürlich auch nochmal etwas. Und dann, was das geilste ist, ich kann das hier unter dem Stuhl hervorheben und kann meine Füße drauf packen. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ich baue es erstmal zusammen. Ich zeige euch nochmal ein paar Nahaufnahmen. Also, alles hier komplett reingestrickt. Richtig nice. Dann hat man hier, wie gesagt, den kleinen Zimmer Roll. Ich nenne den Cinnamon. Keine Ahnung, erinnert mich irgendwie an Digimon. Auch alles reingestrickt. Richtig hochwertig. Dann halt, wie gesagt, der Kissen. Übelst flauschig. Weil es natürlich weiß ist, muss man halt aufpassen, gerade im Sommer und so, wenn man schwitzt. Aber ich denke mal, das kriege ich hin. Dann der Kleine hier. Ist auch alles komplett reingestrickt. Besonderes Design. Habe ich bisher noch nicht so gesehen. Dann natürlich da ein Kissen. Kennt man ja. Der Kleine auch nochmal ganz nah halt. Und hier auch nochmal schön von hinten. Dann so. Dann hat man hier das auch nochmal. Sozusagen das Hinterteil von ihm. Erinnert mich irgendwie auch an Digimon. Einen Kothaufen zum Beispiel. Aber ja, dann das hier auch nochmal. Auch alles, wie gesagt, reingestrickt. Und ja, die Tasche dann halt. Ja, und das hier ist halt das von dem Schutz, das das halt hinten hält. Und ja, das ist der Stuhl. Dies hier sind übrigens auch halt nochmal so verstellbar. Hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Auch nochmal besonders. Ja, ich bin gespannt, was der so auf Zeit so aushält. Und ja, meine Meinung werdet ihr dann eh erfahren. Also, man kann das hier unten rausschieben. Und dann hat man halt so ein bisschen so, ich sag mal, jeder kennt das Zeug. Wenn man vor dem PC einlegt, so. Dann will man halt einfach ganz gemütlich so einen Sitz nach hinten machen und so. Ganz gechillt, so ungefähr. Und dann halt chillt man einfach ein bisschen so. Aber ich denke mal, gerade für die Frauen unter euch würde das übelst gut passen. So, für einen Mann ist das jetzt, wie gesagt, nicht üblich. Weil solche, gerade dieses Stuhl kauft sich meistens Frauen. Aber ich bin besonders. Und das macht mich aus. Ja, ich sitze wirklich auf ihn drauf. Der kleine Cinnamon, ich nenne ihn einfach mal so. Kommt ja vor wie ein Digimon so. Ich sitze drauf und habe sogar von Tales of Arise die kleine Eule raufgepackt. Weil irgendwie passt das irgendwie. Ja, checkt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung den Link ab. Und ansonsten gebt einfach Autofull Cinema Roll oder halt nur Autofull bei Google ein. Und dann findet ihr es bei Amazon und und und. Und danke auch nochmal an Autofull für den gesponserten Stuhl. Ja, checkt es auf jeden Fall mal ab. Ich finde es irgendwie cute so. Auch wenn es nicht üblich ist für einen Typ, den so den Stuhl hat. Aber ist egal, ich feiere es. Ich bin ja eh nicht so normal, normal. So, deswegen halt. Es passt einfach. So, egal. Wir müssen jetzt Eier gucken. So, uns fehlten genau. Fabled Eggs fehlten uns. Dann müssten oben welche sein. Zwölf Eier. Das geht aber. Leg mal schneller Eier, Fabled Terranodon. Wir brauchen ein bisschen. Also, wir müssen ja hier noch was machen. Ich wollte jetzt nicht hier nochmal die Decke weiter höher ziehen. Was ist denn da passiert? Und hier passiert. Und da. Na, ist mir egal. So, dann brauchen wir jetzt erstmal ein paar Wände. Wir haben ja genug gefarmt. Also, und es geht ja sehr, sehr, sehr schnell. Ja, was ich mir jetzt gedacht habe, weil ja auch die Dinos und so meistens hier so drin sind. Dass wir das einfach ein bisschen höher ziehen. Weil, ich sag mal so, umso niedriger es ist, umso schlechter wird das. Und ich will ja endlich mal ein Dach drüber haben. So, deswegen halt. Machen wir das jetzt noch kurz herum. Und dann ziehen wir, glaube ich, hier eine Decke rein. Und das sollte dann genügen. Ja, siehst du, wir brauchen noch ein bisschen. Sehen, ob ich richtig gerechnet habe. Aber es sollte alles, drei Stück zu viel. Ah, ne, warte mal. Da brauchen wir ja auch noch. Stimmt. Ähm, genau. Das mache ich. Das ist halt gut, dass es mit der S-Plus-Mod geht. Weil, ähm, ich habe jetzt so eine Doppeltür ja hier. Die meisten von euch kennen die. Und, ähm, das triggert mich so hart. Oh mein Gott. Äh, ja, es ist ja halb so wild. Äh, da hinten in der Ecke, da hinten in der Ecke und dort. Aber es geht trotzdem. Ey, so haben wir wenigstens schon mal das. Und jetzt können wir wenigstens mal ein, äh, Dach über unseren Kopf ziehen. Weil, ich denke mal, die meisten von euch wollen das auch, dass ich das jetzt mal mache. Aber ich denke mal, ich nehme, äh, Fetch. Weil oben kommt eventuell das Schlafzimmer hin. Ah, G, Hawke. Komm mal, ganz kurz. Ich muss dich ganz kurz, äh, ich brauche dich von oben. Das Gute ist, ach, kacke, ich kann mit dir gar nicht hier so... Ah, doch. Ey, ich kann perfekt so fliegen mit dem. Ah, ich glaube nicht, dass jetzt 30 wirklich reichen. Aber, ein Versuch ist es ja wert. Rechts wird abgesprungen. Sehr schön. So, dann mache ich das jetzt ganz kurz mal. Ne, 30 reichen glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Ach, stimmt. Und dann brauchen wir ja noch eine, äh, Treppe, die auch weiter nach oben geht. Okay, und zwar habe ich es mir jetzt so gedacht. Weil ich glaube, so sollten wir... Guck mal hier, siehst du, das passt doch. Ähm, dann geht es hier weiter hoch. Da weiter hoch. Und dann brauchen wir nur noch eine. Hier, guck mal, perfekt. Dann machen wir oben da das Ding weg. Zack, 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 zack. Okay, müssen wir sogar beide halt machen. Dann können wir ja wieder Rainings hinbauen. Und dann, äh, ja, passt es. Cool. Bam. Wir sind fertig. Also, wunderschönen Teppich haben wir hier. Ähm, ja. Ich glaube, so können wir es eigentlich sein lassen. Weil, an sich sieht das ja ganz gut aus. Hier haben wir jetzt einen wunderschönen Keller. Wer kann denn arg sagen, dass er halt sozusagen einen Keller hat? Und dann gehen wir einmal hier oben. Und hier oben kommt dann halt sozusagen das Schlafzimmer hin. Und das Coole ist, man hat alles schon im Überblick so. Man sieht jeden einzelnen Dino. Sogar die da oben richtig gut. Und, ja. Dann gucken wir mal, was wir da in Zukunft noch so fabrizieren. Aber vorerst, ihr wisst, was ich vorhabe. Tila Koleo, ich komme. Ach so. Oh. Ihr kommt jetzt gar nicht mehr hier raus, ne? Naja, ich hole euch raus. Ich hab hier die Fernbedienung, okay? Jetzt heißt es aber ganz kurz, einen Origin töten. Nehmen wir einen Origin-Argy vielleicht? Kollege, beschütze mich, okay? Die Eule macht das. Und der Kleine hier, der oben drauf auf dem Stuhl. Die beschützen uns und damit sollten wir es schon hinbekommen. Alles klar. Dann wollen wir doch jetzt ganz kurz mal machen. Also. Dann holen wir doch mal her. Ähm, Glumanda. Glumanda hat nicht... Nö! Wir müssen Glumanda im Auge behalten. Okay, pass auf. Coco, die Maschine. Coco. Coco, Angriff. Angriff, los. Äh, Glumanda. Okay, Glumanda ist alles noch gut. Nö, ich komme nicht mehr klar. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich mache auch mit. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss nur Glumanda im Auge behalten. 4,4. Okay, Glumanda, du hältst es aus, okay? Okay, die Energie rast und rast. Ich helfe mit. Glumanda, ich muss dich gleich zurückholen. Glumanda, ich helfe dir. Okay, Glumanda, keine Sorge, keine Sorge. Coco, ich rufe dich auch zurück. Äh. Zack. Äh. Glumanda. Coco. Äh. Home. Home, 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 home. Stehen bleiben. Alles gut? Alles gut. Okay, ich habe alles unter Kontrolle, okay? Hä? Du hast ja tot. Die hätten es geschafft. Hä? Hallo. Argy gegen Argy. Welche Argy stärker? Ein Origin oder halt ein Celestial? Aber, ne? Es zählt ja, was stärker ist, ne? Hallo. Aber Coco und so, ich gehe gleich nach Hause und gehe am besten jetzt nach Hause, weil die brauchen Heilung, meine kleinen Engel. Gut gemacht aber, Kinder. Ist wirklich gut gemacht. Okay, Hawke. Wir beide gehen jetzt gleich auf Wanderung und dann holen wir uns eventuell den Tila Coleo, denn wir sollten genug Eier haben. 13. Okay, geht ein bisschen schleppend. Und dann ein Origin-Pfeil. Und somit. Ja, easy peasy. Ähm. Eigentlich hatte ich ja vor, die Bosse zu zähmen, aber Tila Coleo hat es mir einen Ticken angetan. So, deswegen halt, ähm, ja, jetzt heißt es eigentlich nur warten, kurz Eier alles herholen, so, und dann geht's los. Oh, wait a minute. Ich weiß nicht, ob ich es mache, weil Hawke gefällt mir so, wie er halt ausschaut, aber wir könnten jetzt, ähm, nicht das Tribut, aber... Irgendwie hat es ja was, ne? Es sieht nicht mehr so gefährlich aus, weil blau sieht halt gefährlich aus, aber ich glaube, wir lassen das einfach. Meine ganzen Origins bekommen dieses Zeichne, äh, meine ganzen Celestials, meine ich. Und haben wir nicht noch mehr Celestials? Mehr haben wir nicht? Ach so, ja, stimmt, wegen den ganzen Eiern, ne? Ach, guck mal, hier sind sogar auch neun. Guck mal, die 17 nehme ich auch mit. Alter, die Omegas legen ja ultra viele Eier. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch welche drin. Wir können ihn zähmen. Und dann, Rudy! Ne, warte mal. Oder ein Desmodus, ey. Ja, guck mal, die sind doch auch schnell genug. Vielleicht schafft er das ja. Oh, wir müssen aufpassen. Hä, guck mal, wie sie fliegen kann, das sehe ich jetzt erst. Guck mal. Die dreht sich mitten, wenn ich mich nur umschaue. Höh? Das ist der erste Dino, der das... Was war das? Ich glaube, wir haben hier einen Archie, wa? Okay, aber wo muss ich hin? Ich muss unten. Oh mein Gott, ey, ich erschrecke. Zweimal habe ich mich erschrocken. Was ist denn das? Da, Spirit Giant Queen Bee. Okay, okay. Oh, ey. Wee. Nein, du bist da drin. Oh, oh. Achtung, Achtung. Wir müssen aufpassen. Hier sind gefährliche Viecher drin. Okay, aber gut ist, ich habe meine Shotgun. Ach, fängt ja schon mal sehr gut an. Ich muss auch noch nachladen, ey. Krieg die Krise. Desmodus... Ja, warte kurz. Hallo. No. Hey, 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 hey. Kusch dich. Kusch dich. Was ist das? Wieso? Schieße. Was ist denn hier? Kusch dich. Kusch dich. Weg hier. Warum habt ihr so viel Energie, Mann? Ich habe gleich keine Munition mehr. Dann machen wir das doch mal ganz anders, ne? Wenn ihr ein paar Probleme mit dir habt. Xena! Dankeschön. No Problem, no Problem. Xena macht das schon. Xena räumt hier ganz kurz alles aus dem Weg hier, ja? Und Desmodus, wir gehen mal kurz weiter, ja? Ich weiß zwar nicht, ob wir ihn finden können, aber der ist auf jeden Fall nicht auf dieser Ebene. Der ist tiefer. Hier haben wir doch Dings gesucht, hier. Alter, die fette Schlange. So, aufgepasst. Wie stelle ich das denn jetzt an? Warte mal, warte mal. Da ist noch ein Celestial. Wir müssen das jetzt irgendwie klug anstellen. So. Okay, alle haben mich jetzt gerade im Blick. So. Oh! Bitte nicht den Celestial töten. Bitte, 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 Tila Koleo. Du darfst nicht sterben, ja? Habe ich nicht mitgerechnet. Ich wusste, ich weiß nicht, was der Tila Koleo macht. Noch einmal die Attacke abwarten. Komm. Dö! Xena! Ganz kritisch. Okay, warte. Wir brauchen ganz kurz hier. Glomanda, du musst kommen. Geht nicht anders. Ist drin. Aber alles gut, alles gut. Okay. Easy, easy. Und wir haben einen... Was haben wir bekommen? Haben wir irgendeine Rüstung oder so? Ei, ei, ei. Ich muss wieder sortieren hier. Danke für die Munition. Danke für die Munition. Und danke dafür. Wir pushen rein. Fliegen schnell hoch. Oh, falsche Richtung. So. Ja, 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 ja. Sehr gut. Wie mache ich das jetzt? So. Hall. Wir müssen abwarten, bis er das gemacht hat. Und dann schießen wir ihn ab. Los, come on. Wir haben dann nur ein paar Sekunden Zeit, okay? Und? Drei, zwei... Ich hab getroffen. Ich hab getroffen. Ich hab getroffen. Let's go. Wir warten jetzt einfach mal die Sekunden ab, so. Zehn. Neun. Ja, 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 ja. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Aber wir müssen jetzt den Rest wegbringen. Wie machen wir das? Es liegt, es liegt. Glomanda. It's your turn. Wir machen jetzt keine Attacke, sondern wir lotsen den heraus. Ja, komm doch. Okay, he's coming. Er kommt, er kommt, er kommt. Soll er ruhig kommen. Soll er ruhig kommen. Ich bin bereit. Ich bin ready für ihn. Ach, warte mal. Friss. Du kommst da nicht mehr ins Leben raus, Junge. Ja, vielleicht ja doch. Ah, und tot ist er. So. Jetzt haben wir nur noch Tilakoleo da. Der übrigens auch gestorben ist. So, dann können wir gleich mit den Terezinus nochmal ausprobieren mit dem Blut. Problem ist halt, wie kriegen wir den jetzt da weg? Anspucken, so. Oh mein Gott. Kuscht euch. Okay, und jetzt heißt es ganz schnell, schnell machen. Dann wollen wir mal gucken, ob es wirklich funktioniert. So, sechs Mal. So, sechs Mal. Sechs Mal, perfekt. Und jetzt Tilakoleo. Wir brauchen jetzt einen Sattel. Okay, davon brauchen wir einmal, bitte. Ich glaube, ein bisschen zu schnell ist das hier. Ein bisschen. Aber ich komme gut voran hier. Ich glaube, ich bin da. Ich glaube, ich bin da. Ja, ich bin da. Oh mein Gott. Okay. So. Bodi. Jetzt ab, schnell nach Haus. Okay? E-Call. Alles wird gut. Alles wird gut. Hi, Tilakoleo. Oh mein Gott. Kannst du atmen? Wieso überlebst du das? Oh mein Gott. Aber von mir aus. Hey, wait. Warte, ich habe dir doch. Wieso ist der nicht? Legen Sie Nahrungssinn. Das ist doch Celestial. Celestial Kibbel. Das ist ja ein Fehler. Das Einzige wäre, was ich jetzt machen könnte, ist. Kurz ausloggen und wieder einloggen. Das wäre das Einzige, was ich jetzt machen könnte. Das ist echt ein Fehler, weil eigentlich, wenn ein Dino unter Wasser ist und er ist auch am Verrecken, kann man ihn trotzdem halt zähmen. Okay. Der Bär bleibt da, wo er ist. Celestial Tilakoleo. Celestial Kibbel. Und was ist er? Celestial Kibbel. Sechs Mal. Alles ist gut, aber irgendwie funktioniert es nicht. Deswegen, ey, sorry, dass ich es jetzt machen muss, aber es geht nicht. Ich kann ja nochmal probieren hier. Nehme ich jetzt nochmal den 50% hier. Bam. Siehste, funktioniert nicht. Irgendwas stimmt da nicht, aber ich weiß auch nicht was. Und du Nico, meine Zeit. Wie geht der Code? Stell auf, bitte. Du. Tame. Hä? Ich verstehe nicht. Was? Der ist nicht mehr für den Namen. Ja. Dann, ähm, ja. Runterfahren. Server komplett runterfahren und dann gucken halt, was passiert. Super. Toll. Alpha Bär ist immer noch da. So. Nope. Ich hab's gesehen, ja? Jetzt verarsch mich nicht. Glomander, du musst mal ganz kurz, ja? Du musst kurz und überlebe es, bitte. Da hängt ein Tila Koleo und Chaos an der Wand. Nicht sterben, ja? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt mit der Tila Koleo nicht. Ganz und gar nicht. Ich mach jetzt, ich mach jetzt was. Es geht wirklich nicht. Cheat Force Tame. Bam. It doesn't work. Es funktioniert einfach nicht. Wir haben alles gemacht, was geht. Es funktioniert nicht. Komm her. Ich will mal mit dir reden. Komm her jetzt her. Oh my God. Du kannst mich jetzt leider nicht... Hä, warte mal. Ich kann doch nicht mal Cheat, äh, Do Tame machen. Wieso funktioniert das nicht? Sollen wir mal sehen. Cheat, Do Tame. Es liegt... Warte mal. Liegt es wirklich an Höhlen? Das kann nicht sein, oder? So, Freunde. Das dient jetzt wirklich zum Testzweck, ja? Ich hätte dich so gerne so einfach nochmal da umgemacht, okay? Du Tame. Hä? So eine Funktion gibt es nicht, dass man in Höhlen keine Dinos zähmen kann. Aber ich hätte jetzt keinen Bock nochmal auf ein drittes Mal. Schreib es mal in die Kommentare. Ich habe gar keinen Plan. Ey, sorry, dass ich das wirklich so machen musste. Aber wir hätten einen schon gezählt. Guck. Ich mache jetzt auch extra so. Die sechs Stück können weg sein. So. Damit es wirklich, äh, so ist, wie es halt sein sollte. Okay? Es tut mir wirklich leid. Aber ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Ich bin schon die ganze Zeit dran. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. So. Okay. Aber. Wir haben jetzt endlich unsere Ziele-Kollejo. Ey. Irgendwie fühlt es sich voll schlecht an, ey. Ich fühle mich gerade voll schlecht. Aber es ging nicht anders, Mann. Ich wollte gerade sagen. Es ging wirklich nicht anders. Es tut mir wirklich leid. Dann, äh, wollen wir doch mal kurz gucken, ey. Ey. Wir haben die Ziele-Kollejo. Wir haben sie auf ehrenhaften Weise gezähmt. Ist halt wirklich so. Es war wirklich ehrenhaft. Aber, ähm, ja. Oh, ist geil, dass wir sie haben, ey. Also, es freut mich, dass wir sie auf jeden Fall haben. Aber, dass es halt so mies lief, ist schon ein bisschen kacke. Okay. Er kriegt null Feilschaden ab gerade, wie ich sehen kann. So. Dann wollen wir doch mal gucken nach diesem ganzen Theater. Ähm, ja. Den habe ich ja vorhin auch ausprobiert. Ähm. Greift mal an, bitte. So. Er kämpft ja noch. Den können wir mal ganz kurz mal was ausprobieren. Also. Links-Klick. Ich bin auch gespannt. Warte mal. Wir leveln ihn mal ganz kurz einen Ticken hoch. Ähm. Er kriegt jetzt so zwei Large rein. Boah. Und dann bin ich gespannt, wie viel Damage der macht. Ich glaube, der macht so viel Damage. Das wird, das wird sick, wird das. So. 48 Level. Ich würde sagen, hier gehen wir auf 3,5 Millionen. Den Rest auf Nahkampfen ticken. Dann hier wieder ein bisschen auf Energie. Weil Energie ist sehr, sehr wichtig. Ein bisschen auf Nahkampf. Und dann kriegst du nochmal einen Trank rein. Bitte schön. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh, 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 oh. Okay. Geht doch. So. 77.000. Hey, ihr habt mal Morella-Tops getötet, ja? Entschuldigt euch. Oha, wie groß die Tila Koleo ist. Eieieiei. Okay. Dann wollen wir doch mal ganz kurz gucken. Also. Links-Klick. Ganz normal. Easy. Ne? Rechts-Klick. Nichts. C. Feueratmen. Like a waifan. Richtig genial. Kann er sogar öfters machen. Jetzt aber wichtig. STRG und C. Okay. Und was macht es? Da oben rechts steht es. Your deal. 150% Damage take. Ja, okay. Unsere Stamina geht wieder runter. Wir können nicht mehr kacken gehen. Aber wir können mehr Schaden machen. Und das will ich jetzt ganz kurz mal ausprobieren. Uiuiui. Springen kann er jetzt aber nicht so weit. Hab ich jetzt ein paar Gewichte an sich dran hätte. Hi, Reaper. Moin, moin. Ey, komm mal ganz kurz. Ich will mal kurz testen. 116.000. Nochmal wegmachen. Ei, 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 ei. Und jetzt ganz wichtig. X. Er macht genau die Attacke, was der Rex kann, ey. Geil. Aber warum ging das nicht in der Höhle? Ich frag mich wirklich, woran das lag. Aber ich konnte es noch nicht mal bei Buschmenschen machen. Ich glaub, es liegt wirklich, weil es an Höhen ist. Ey, wir hätten den Level 600 da gehabt. 600er. Wie viel Damage macht denn das jetzt? 12.000? Wir müssen dann einen Starken ausprobieren. Und zwar den Kentro. Aber ihr wisst ganz genau Bescheid. Wir müssen aufpassen auf den, bevor er uns wieder so runterhängt. Also, ne? Ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Oh, ich wollte gerade sagen. 110.000? Das wäre ja heftig. Okay, das geht eigentlich so jetzt von der Macht her. Okay, es ist ein Primal, ne? Die Dämonik, die Dämonik schafften den halt locker. Aber der Rest halt... Okay, ey, ist aber heftig. So, pass auf. Einmal so. Machst du dann auch mehr Schaden? Oh, ey, macht so auch mehr Schaden? Okay, das ist ein bisschen... Mein Wald ein bisschen verfehlt. Hallo. Moin. Kinders, ihr wisst gar nicht, mit wem ihr euch da anlegt. Das ist ein Kentro. Und natürlich, ich bin auch dazu. Wir sollten aber schleunigst abhauen hier. Hallo. Bye, bye. Hallo. Habe ich denn wenigstens getroffen? 33.000. Ey, es macht aber sehr, sehr gut Schaden. Muss ich wirklich sagen. Klar ist er jetzt nicht allzu stark, aber... Oh, ich mag ihn. Ey, schönen Daumen nach oben, ne? Ihr wisst ganz genau Bescheid, wie die Thieler gerade gezeigt hat. Hier, bam, Daumen nach oben. Sieht so geil aus. Hallo. Ach stimmt, da konnte er ja nichts machen. 116.000, ey. Ist aber krass, wie viel Damage der macht. Ähm, ich glaube, wir werden das... Ihn könnten wir gut benutzen, wenn wir halt Nahkampfschaden machen müssen, ne? Und der Rest halt macht ganz normalen Schaden, ne? Also sei es jetzt die Fähigkeiten und so weiter. Bei 110.000 macht einer noch mehr Schaden als das, was wir sonst so haben? Ich glaube nicht, oder? Ah, das ist aber ein bisschen enttäuschend, weil so viel ich weiß, der Rex macht auch eine Fläche drauf. Und die bleibt auch. Aber er hier gar nicht. Schade, ey. Wait, jetzt will ich ganz kurz nochmal was ausprobieren. Wir gehen mal kurz Big Hall. Kann ich hier an den Wänden langklettern? Ja, nice. Es funktioniert. Alter. Guckt euch sein Gesicht an. Das sieht nicht mehr süß aus oder so. Oh, aber wie süß die Ohren waren. No. Einmal umdrehen, bitte. Geil. Nice. Okay, das ist natürlich cool. Dann können wir ihn ja eigentlich auch auf der Plattform draufpacken, wa? Okay, es geht. Es... Ne, wir kommen nicht rauf. Stimmt, es gibt gar keine Origin-Tilakoleo, ey. Boah, heftig, ey. Es sieht so schön aus, ey. Aber ich habe genug für heute. Wirklich. Also, die testen wir nochmal ein bisschen grob in der nächsten Folge raus. Er ist leider nicht ganz so stark. Ähm. Wir werden es aber noch weiterhin ausprobieren, so. Was die Tila-Koleo noch kann. Ähm. Ich habe genug für heute. War genug Stress. Es hat nichts funktioniert, was ich machen wollte, sozusagen. Also, was die Tila-Koleo betrifft. Ähm. Ja. Aber ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Nächste Folge kommt ein Boss dran. Wir brauchen die unbedingt. Wir müssen Artefakte sammeln und, und, und. Aber, ja. Ich hoffe, es hat für euch wie immer gefallen. Checkt natürlich Autofill unten in der Videobeschreibung ab. Ich denke, die würden sich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere mal die Seite abcheckt. Und, ja. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.